Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Badwars mit mir, dem Torben. Ich bin heute nicht alleine, ich habe mal wieder die beiden anderen versammelt und wir spielen zu dritt endlich mal wieder Badwars. Dabei ist nämlich auch der Flori und der Tobi. Hallo Tobi. Ich weiß nicht, ob der sich gemutet hat oder so, aber... Okay, Tobi ist auf jeden Fall cool. Wir spielen auf dem Map Old World, Größe 4x4. Mal wieder so eine ganz alte Map. Ne, Flo, kennst du noch Old World? Old. Die hier. Oh nein, nicht die Map. Doch, wir können aufnehmen. Jo, alles klar, machen wir Tobi. Ich mache Countdown, okay? Ach, halt, ich lasse. Ihr nehmt schon auf noch? Nein, die Runde nehmen wir nicht auf. Nehmen wir nicht auf oder willst du noch starten? Ja, okay, dann starte ich noch eben, warte. Drei... Ja, oder warte, warte. Ja, jetzt starte. Halt der Maul jetzt. Okay. Drei, zwei, eins, go. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Badwars mit mir, dem Torben. Und heute bin ich nicht alleine, ihr seht schon, Tobi und Flori sind mit dabei. Sagt mal kurz Hallo. Moin. Tobi. Moin. Und wir sind schon hier in der Runde drin, weil Tobi war am Anfang noch nicht da. Aber wir legen jetzt richtig los, ne, oder? Ich bin immer da. Ja, los geht's. Äh, Old World, so ne, Old World, so ne richtig alte Map hier. Ähm, kann jetzt nicht mal schneller bauen? Der kann kein Fast Bridge, denn ist das zu glauben, im heutigen Zeitalter? Nein. Ich hätte einfach das Gold runtergeschmissen. Ja, das ist, als... Weiß? Ich weiß nicht, ich gehe das Ding ins Töten. Ich auch. Nein, komm, wir beide gehen das Ding ins Töten. Ja, Flo, dann musst du Gold sammeln. Hä? Ich muss Gold sammeln. Du musst. Also wirklich, ich muss. Ähm. So, ich zerstelle das Bettraum und du killst die. Okay. Du killst die. Ja. Roll. Ähm, ich werde gerade getötet. Nein, kein Problem. Mein Gott. Ah, Gold hat Spawn. Okay, easy. Easy peasy. Okay. Ich hoffe, ich übersteuere manchmal nicht. Ich gehe nochmal ein Stückchen zurück. Äh, du Püse. Genau so, Flo. Hast du Gold? Ja. Na, schneidet du bitte rauskommen. Klar. Gänzt mich doch. Gehen wir zu Rot? Ähm, ja. Pass auf, Flo. Rot könnte gleich zu uns kommen. Theoretisch. Nein! Boah, komm schon, wenn ich das jetzt schaffe. Nein! Geh weg! Ja. Danke, Teammate. Danke, du bist der Beste, ey. Ohne Spaß. Ja, nice, Flo. Unser Bett hast du schon mal richtig gut eingebaut. Warum sie? Du hast gesagt, ich soll Gold sagen. Das habe ich getan. Du hast es gut gemacht, Flo. Ehrlich, du hast es gut gemacht. Wirklich. Also, du. Flo, das bin ich nachdenken. Das ging einfach übel schnell bisher. Ja, ich hatte dazu noch keine Lust, aber... Also, ich meine, zu dritt sind wir einfach echt am Zerstören. Und unser Team-Mate ist auch gar nicht schlecht. Aber lad dir mal einen Clan ein, Tobi. Der ist nicht in irgendeinem Clan. Den AWP, oder so. Der ist relativ nice. Ey, Flo, ich werfe dir Gold in die Mitte, wenn du haben willst. Acht Stück. Oh, doch. Ich habe das nicht an. Ich habe das nicht an. Ich habe das nicht an, wenn ein Eis geschweckt wird. So, mal gucken. Die Mitte sagtest du. Ja, nimm mal Gold mit Flo. Nein, ich baue jetzt die anderen tot. Hallo, ich habe einen Bogen. Äh, wir töten gerade schon die anderen Flo, aber... Ja, ich komme mit. Du baust Bett ab. Du weißt, dass easy. Wo sind die denn? Ja, in ihrer Base wurden so was. Mann, ich wollte den klappen. Alter, willst du mich eigentlich komplett verarschen? Junge, das war ja mal viel zu easy. Unser springt hinterher. Was sollen wir denn? Ja, Leute, wir sehen uns sofort in der nächsten Runde. Bis gleich. Ach, Tom, hattest du Tobi gar nicht verarscht, sondern neu begonnen, oder? Ja, ja. Achso, ich dachte, wir verarschen ihn jetzt. Ich war mir nicht sicher, ob er mich verarscht. Ich habe es mir gedacht. Nee, nee, ich habe neu begonnen. Ich wollte jetzt nicht irgendwie das auflösen, weil ich mir bei Toms Begrüßung echt unsicher war. Nee, ich habe neu begonnen. Völlig losgelöst von der Erde, das Raumschiff völlig schwere los. Ich wurde gekickt. So, Leute, da sind wir wieder. Wir spielen diesmal auf der Map Wonderland, Größe 4x3. Wie ich sehe, sind die Teams prall gefüllt. Wie ich sehe, sind die Teams prall gefüllt. Tobi, du weißt, dass ich dich jetzt rausgecutt habe, weil das ist einfach zu abartig. Machst du eh nicht, du cuttest eh nicht. Also, tut mir leid, dass ihr gerade keinen Sound beim Bronze einsammeln hattet von Minecraft. Aber das war einfach zu ekelhaft. Das hast du eh nicht gemacht. Hundertprozentig. Ich wette aber auch gegen mich, Torben. Ja, ich wette für mich. Bist du dafür einfach zu faul? Tut mir leid. Nein. Weißt du, wie viel Arbeit ich immer reinstecke? Also wirklich jetzt. Ich gucke mir das Video halt echt nochmal zur Hälfte an. Ey, deswegen ja. Ja. Torben, geh schnell mit her. Geh schnell mit her. Geh schnell mit her. Spring, spring. Sammel du Gold. Ich save dich. Oh, oder auch nicht. Gut, save, oder? Gut, save, Bro. Einer kommt zu uns, einer kommt zu uns. Ich habe Gold. Schön, Flo. Ich habe viel Gold. Ja, okay, das wäre jetzt nicht die Schwierigkeit so, aber... Du lebst noch, Flo? Natürlich, ihr Backup. Oder kommt einer mit schwer? Torben, die kommen? Ja, ich habe einen Bogen. Einen habe ich. Ja, du hast ein bisschen geleckt. Ja, was macht der denn? Okay, eventuell sollte ich Spotify mal kurz Musik machen. Oh, wo ist der? Der ist tot. Wo ist der überhaupt noch? Ist doch gar keiner. Willst du mich gerade verraten? Na, okay, eigentlich ja. Okay. Flo! Bau-Bett. Bau-Bett. Föl-Bett. So. Ich bin dafür, dass wir direkt zu Brot gehen. Ich schieße dich jetzt mit dem Bogen ab. Geh vor. Die Hundesöhne. Na, war natürlich kein Scherz, liebe Leute. Aber was ist das denn für eine kleine Runde? Ja, habe ich doch gerade gesagt. Die Teams sind prall gefüllt. Oh, hast du den Skillshot gesehen? Nein. Okay. Ich habe auf jeden Fall den, der Gold holen wollte, getötet. Den gelben Lappen. Obwohl der Team rot ist. Das verstehe ich nicht. Ey, Leute. Schweißt mal Blöcke in die Mitte. Schön, Tobi. Ich bin hinter dir. Ich komme hier nicht raus. Äh, hier. Kommen die an? Warte kurz deren Eisen einsetzen. So, die haben keinen Eisen mehr. Warte, Tobi. Ich komme. Ich habe einen Bogen. Oh, hi. Ach, du Idiot. Ah, da ist der Gelbe bei unserem Bett. Was? Das ist ein Spaß. Du bist echt uncool. Ich habe alle getötet. Bitte? Ich habe alle getötet. Ja, na warte noch kurz. Ich bin totet. Hier kriegst du sogar einen Silber, Tobi. Guck mal, die haben mir hier voll die gute Position gebaut. Das muss ich den ja mal lassen. Und du schießt die dann immer so weg, wenn die auf die Bricke kommen. Korrekt. Wow. Und jetzt brauche ich mich zu dir. Ne, warte. Tom. Lass mich der helfen. Ne, ich bin Hacker. Braucht deine Hilfe nicht. Wie seien? Tom, da kommt einer. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Chill, Buda. Der tötet ihn eben, sonst tötet der mich. Der ist tot. Der ist dumm wie ein Stück Scheiße. Hey, Zeit, wann braucht man zwei Eisen? Ah, Junge, leck mich doch am Arsch, dieser Rückstoßknüppel. Tobi, ich brauche Hilfe. Du kannst mir das nicht erzählen, dass der mich mit einem Rückstoßknüppel die ganze Zeit vom Abbauen abhalten konnte. Der ballert dich so weit weg, dass es nicht mehr schön ist. Wirklich nicht. Aber es hat ja funktioniert, hat alles wunderbar geklappt. Ich hab ein knallrotes Gummiboot. In diesem Gummiboot. In diesem Gummiboot fahren wir hinaus. Ich hab ein knallrotes Gummiboot. Und erst am Abendrot kommen wir nach Haus. Boah, Junge, dieser geht in die Mitte, oder wie die Scheiße heißt. Herbert geht Mitte. Nee, Hembe, Hembe, Hembe. Ja, die kommen übrigens, die kommen, ja. Ich weiß. Ich hab ein knallrotes Gummiboot. Flo, wir brauchen dich übrigens zu Hause mit dem Bogen. Oh, zu spät. Das ist jetzt gerade echt wichtig. Guck mal, schieß die Roten ab, schieß die Roten ab, schieß die Roten ab. Schieß die Roten ab. Ne, Flo ist weg, ey. Du, wenn es gleich zu spät ist, ist es zu spät. Okay, es ist zu spät. Jetzt haben wir Gold. Lass den eben töten. Mit Spitzabkacke. Ich hab keine, aber ich boxe ihn hier weg. Okay. Nice, Flo. Leute, ich hab einen bekommen. Ach, das war gelb. Komm, safest du Gold? Ich lenke die ab. Also ich fisch schon mal vor zur Basis. Also zu unserer, wollte ich kurz sagen. Flo, kannst du mir einen Block in die Mitte werfen? Da bin ich auch schon. Ja, das kann der Flo gut machen. Ist alles wunderbar am Stizzle, am Laufen. Ja. Ach, was anderes fällt mir dazu auch gar nicht ein. Außer, dass ich hier ein paar wunderbare Ressourcen mit nach Hause bringe. Sowohl Gold als auch Silber. Dann save das mal bitte in der Kiste. Alles klar. Also ein Bogen oder so. Ne, ne. Tut mir das ein bisschen zu viel Arbeit, einen Bogen zu machen. Äh, Flori, warte. Lass mich dir bitte Back-Up geben. Du weißt nicht, wo du... So weit muss man ja nicht immer direkt gehen. Ich hole mir aber Blöcke, Blöcke, wo die... Äster ist, ähm... Lol, der hat eine Enderperle. Wo ist der? Der ist hinter dir an die Wand geklatscht und runtergefallen. Okay. Ist jetzt vorbei? Nein. Ah. Der Hanberic. Ne, ist der Lappen, ist der Lappen. Der gelbe Lappen und du bist tot. Traurig. Oh, sag doch, dass der ein Eisenschwert hatte. Alter. Habe ich ihn? Ne, schon. Traurig, dass ihr beide vom gelben Lappen... Ihr... Ihr habt einen Bogen in der Kiste, ne? Ja, ihr habt einen Bogen in der Kiste. Traurig, dass ihr beide... Ich habe das Bogen in der Kiste. Traurig, dass ihr beide vom gelben Lappen getötet, obwohl dein Team Grün... Oh nein, ich dachte, ihr hätt mich nicht gesehen. Da bin ich, Torben. Okay. Der hatte noch nicht mal ein Eisenschwert, alter Flo. Hatte der auch nicht, aber ich weiß nicht, habe ich ihn? Nein. Ne, ich hatte ihn nicht. Das ist aber richtig kacke und vergissend. Easy. Hast du ihn? Natürlich, hallo. Oh, der rennt da über den Steg und ich habe einen Bogen. Oh, ich bin so stolz auf dich. GG. KD von 2. Hier, Leute, 13 Minuten. Das war's schon. Warum KD nur von 2? Ich habe eine 3er KD. Ach, weil der eine sich mit der Enderperle gerettet hat. Das kommt einem so entspannt vor, hier die Folge zu dritt. Ist wirklich so, sobald Flo wieder dabei ist, ist das ohne Ende scheiß. Sorry, Leute. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal ein Like da und abonniert, falls ihr nichts mehr verpassen wollt. An dieser Stelle bedanke ich mich dann fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein und... Tschüss. 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 Tschüss.